Hi Leute, hier ist Juliane. Heute mal mit ganz schönen Grüßen aus Nordheim. Nordheim, hier bin ich an der Ruhme, mache mein tägliches Workout. Okay, und ich bin jetzt gerade auf die Idee gekommen, dieses Video zu machen, weil nämlich, ganz besonders für ein paar liebe Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, war Abi 99. Und wie bin ich darauf gekommen? Ich habe mir nämlich gerade ein Sweatshirt im Schrank rausgesucht und ja, und da stand das drauf. Wir haben so ein ganz tolles Sweatshirt damals gemacht. Kann Abi Sünde sein? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Kann Abi Sünde sein? Kann Abi-Tour be a sin? Ja. Und deshalb habe ich das mal angezogen und dachte mir, okay, dann nehme ich euch mal mit hier auf meine kleine Tour an der Ruhme und schicke euch mal ein paar liebe Grüße aus Nordheim. Kann Abi Sünde sein? Ich hoffe, ich höre von dem einen oder anderen von euch und ja, bis zum nächsten Video dann. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen joggeln. Tschüssi!